Herzlich Willkommen bei EUROTRACK-SIMULATOR 2 mit dem Kevin und mit dem Mr. Gamezocker. Ja, und zwar nach Osnabrück. Jetzt mal wieder reinkommen. Nebenbei, tue ich gerade ein Video in YouTube. Ja, und klar. Es dauert ein bisschen länger als eine halbe Stunde noch. Ich weiß nicht, bei den anderen YouTuber geht es irgendwie schneller als wir da nicht. Weil der letzte habe ich ein Video angeschaut bei dem Mac Manious. Und der hat gesagt, dass bei denen in eine halbe Stunde die Sachen schon unten sind. Entweder ist doch unser Internet langsam. Irgendwie komisch. Naja, ja, irgendwie. Ist nicht komisch, verdächtig. Bei mir dauert es nur zwei Stunden, bis ein Video unten ist. Junge, Junge. Obwohl es nicht mehr einen Gigabyte hat. Oder manchmal über ein bisschen drüber. Ah! Ich bin schneller. Bloß nicht von der Strecke abkommen. Und nicht zu viel Gas geben. Ja. Alles immer unter Kontrolle. Halt. Ah ja, tanken müssen wir. Bald kommt eine Tankstelle. Okay. Okay. Das sieht schon mal so aus. Aha. Drei Stunden sind wir dort. In Hausnabrück. Genau. Noch 1000. Äh, 1000. Ich würde sagen, 185 Kilometer noch. Zero. So. Wir sind gleich da. Bisschen weniger Gas geben. Bisschen runter bremsen können wir hier schon mal. Motor ausschalten. Und dann. Mal sehen wie viel Geld wir hier wieder rausbringen. Blasen durch das. 600 Euro. 1400 Euro. Kann man schon eine Menge an Preis. Mhm. Aber dafür kann man ja... Aber ist ja eigentlich auch nichts Ungewöhnliches. Das Tanken nun mal viel kostet. Mhm. Weiß man ja eigentlich. Egal wie kostet sowieso mehr. Was da gibt es noch? Ja. Weil da mehr reinpasst. Außerdem... Ich glaube dafür braucht es einfach gar mehr. Da muss er aber berechnen was er hinten schleppen muss manchmal. Ja das ist schon... Nicht ganz ohne. Du öfter. 167 Kilometer bis zum Ziel. Na ja und Dienstag um so um 4 Uhr früh sind ich grad. Mhm. Es sieht mir ganz schön gut. So, dann fahren wir nach Hause. Dann fahren wir hier verkehrt von mir. Das wäre nicht so gut. Ja. Ah, da ist ein Bus. Ich meine nicht die Leute hier drinnen? Das ist ja keine. Oder? Ja. Es ging so schnell vorbei, dass ich gerne nicht gucken konnte, wie richtig ist. Ja. Nein. Nach Prämien ist es Nuss. Das wäre es jetzt gewesen. So ist es, wenn man auf nur einen Rückspiegel klotzt. Ich habe gerade nur am Rückspiegel geguckt und habe gar nicht hier vorne die Ausfahrt gesehen. Ich habe gedacht, ich kann nicht gleich hier bleiben. Hier geht es auch nochmal nach Präm. Da kommt schon wieder. Hä? Ne, der andere war eine andere Farbe. Ja. 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 Eine Stunde und eine halbe Minute fast noch. Ja. Ich habe ein bisschen von Gleisrunde gemacht mit dem Zeug. Kann man ja ein bisschen abrunden bis es läuft. Ja. Ja. Da ist es schön, dass wir die Ausfahrt überholen können. Hier ist ein Feld. Ja. Mit Strohballen. Ja. Oh Gott, ich kann die Kamera machen. Ja. Du hast bestimmt schon eine Ruhe gemacht, oder? Ja. Was denn jetzt los, ey? Was denn jetzt los ist blöd so komisch. Böja, bis die Kamera richtig eingestellt muss. ein stau ein stau ist hier was ist denn hier und oben wieder hält er wieder aus oh Gott ja links nehmen uns die Mütze so viel verkehriert das muss man so an sehr langsam der GmbH und Null müssen kann man nicht überholen die mehr im Verschleinens gewusst ist nun müssen Die sind wahrscheinlich deswegen schon langsam gefahren. Scheint so. Aber dann schon Verkehr jetzt auf einmal. Ich frag mich, wo die alle herkommen auf einmal. Ja, allerdings. Ah, wir müssen doch biegen. Ja. Tick, Tock, Toe. Ja, wir müssen doch mal schauen. So, hier ist es. Hier ist es nicht mehr so. Blinken. Wow, wow, ich hab doch gesehen, die Kurve war eigentlich. Scheiße, Eiler. Na, so bin ich halt. Manchmal. Ja, Mensch, nee. Er darf sich nicht Vorwürfe machen, das passiert einfach gar. Ja. Stimmen wir uns allen. Und erlaufen noch Fehler. Da dürfen alle zu sein. Ich sehe, wir sind schon noch in Osnabrück. Leise. Ja. Noch 15 Minuten. Hm. Passt recht ganz gut. 14 Kilometer, 14 Minuten. Ja, ich mach es nicht mehr. Mit fast jedem Kilometer eine Minute weniger. Ja. Heißt also. Ein Kilometer pro Minute. Uh. Das ist ja Null. Oh, 19 Meter schon. Ja, gut. Ähm. Das geht nicht. Hm. Ich glaube, ich hab einen verkehrten Gang kennen gehabt. Das wie. Ich wollte auch nicht runter schalten. Hehehe. So. Man ist gerade zu faul dafür. Na, die Kale größer machen. Dass man besser sieht, wo lang. Jo. Hm, Kreisverkehr, Alter. Ja. Einmal rechts rein. Und dann ist er ja verschwand, Ziel abgekommen. Ja. Und dann ist er ja verschwunden, Ziel abgekommen. Und das passt sogar mit die... ...Länge von der Folge. Ja. Das ist ja nix. Optimales Timing, würde ich mal sagen. Ja, hohohohoho. So. So, aber in Schweden ist er noch schwerer so vorn. So. Oh, schade. Oh, doch. Oh, doch. Da haben wir's doch. Jawohl, wir haben's. Jawohl, erreicht. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Es müsste null Fehler sein. Auuuuh, scheiße, ihr habt doch schon... Macht euch diesen Scheiß da. Na ja, passiert. Schade. Können wir ja nur kurz gucken, was wir als Nächstes machen könnten. Kiel waren wir schon. Rotterdam waren wir noch nicht. Duisburg, ist Duisburg drin? Ne, Köln. Aber Köln war ich auch noch nicht. Immer Köln oder... Oder Rotterdam. ... Was meinten du? Nach Holland fahren? Oder in Deutschland bleiben? Also, ich würde mal sagen, nach Köln. Na, Kölne! Jo? Kölnööööööö ... Kann man ja noch dranhängen, wenn es mit der Zeit klappt. Ja. Komm weg. Sehr schön. Wir können langsam fahren. Ja. Jawohl. Voila. Jawohl. 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 Darum. So. Und nach vorne. Sollen wir mal hier abbiegen. Oh ne. Mal sehen wie lange wir stehen. Ja. Wir nächsten Mal die nächste Folge. Weil das sieht schon so aus, dass wir mal die nächste Folge machen müssen. Ja. Wird eng. Ich glaub das schaffen wir nicht mehr. Dann machen wir so. So. Dann sag ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut nur rein. Und noch ein dickes Ast Pfeif. Macht's gut. Ciao. Und noch mal Tschüss.